Channel betreten Wazoka ist zu Zuzabte Streifenbereich 1 gewechselt Ah, kurz weg QUS ist zu Zuzabte Notrufzentrale gewechselt Zentrale hat den Channel betreten Welchen Einsatz? Oh, kannst du mich noch abholen? Ja, ich warte dann danach Callst du mich dann noch ab? Ey, was für leicht, Alter, bloß zu schlägen Was? Angry, red mal lauter Bompidil Bist du mit Angry Birds Ich schreibe Pappen versprochen, sag ich extra Pappen versprochen Was? Ja, ich bin Kadett, Alter Habt die Glabar Ey, hier ist ein Motto da Der Box und ich geb ihm mal Körperverletzung Ja, du riech Gib ihn Ich pack sein Ding weg Fall hinterher, fall hinterher Nicht mit Ja, der hat sein Handy an Drei Ja, das ist ein Warnscher Nein, ich bin bald Also, der ist noch Streifen Und ich hab's bei der Pendrücken Hey, Sentra Ja Haben die, haben wie gesagt, die wollen mich unweiten Nein Warum fragst du, Alter? Ich hab vorhin gefragt Was denn? Boah, du leckst voll, ich versteh dich nicht Scheiße Da hab ich noch drin bin, deswegen Kenn dich von Cooch's Video, kennst du den? Alex das Exo? Cooch und Yutaka? Wie meinst du? Kennst du Cooch, also Cooch und Yutaka? Du meinst Cooch? Ja, ja, und Yutaka Ja, man Ich kenn dich von YouTube, ja Der hat ja Video gemacht Der hat ja Video von Duden.com Echt jetzt Natürlich Wo bist du, Engelbert? Hast du Warnscher an sein Motorrad gemacht? Ok, lass ihn gehen, lass ihn gehen, jetzt komm Ja, wo musst du denn? Ok, ich komme, bleib da Aber, wo da Ja, Mann. Mhm. Essen, wie viel Geld hast du verwechselt? Was? Wie viel Geld hast du verwechselt? Ich schwör. Warum? Tschüss. Ey. Reingebe jetzt. Was spielst du? Football, oder was ist das? Basketball. Als Zielsrichter ist das. Warum sind wir nicht auf dem Fußballfeld? Wieso? Ey, bist du gut bei sowas? Wie beim Omnation jetzt, wo bist du auch nicht? Achso. Bist du gut bei Basketball?